Ich mache für mich den Test und ich habe einige Menschen schon angesprochen in meinem Umfeld, denen ich so sehr vertraue. Und der Test ist, sagen wir, ich bin in Gefahr und da gibt es eine Person aus meinem Umfeld, die weiß, wo ich bin. Und da kommt eben ein Superreicher und bietet dieser Person eine Million Euro an, wenn sie verraten, wo ich bin. Und wenn ich so darüber nachdenke, sind es ganz, ganz wenige Menschen in meinem Umfeld, denen ich so sehr vertraue, die sagen, ja, die haben nur Gutes für mich in dem Sinn. Die würden mich in dem Moment schützen, egal was die Konsequenzen sind. Und es sind bei mir vielleicht sechs, sieben Leute, wo ich das zu hundert Prozent sagen kann. Alle anderen bin ich mir nicht sicher. Ja, das ist aber schon viel, sechs, sieben Leute. Also wenn du von wirklich hundertprozentigem und bedingungslosem Vertrauen sprichst, ist sechs, sieben schon viel. Und das hat nicht mal etwas unbedingt mit Familie zu tun oder nicht. Es gibt sogar Leute in der Familie, denen ich nicht vertrauen würde. Gut, ich meine jetzt mal die Kernfamilie, also Frau und Kinder abgezogen. Ja, natürlich. Was jetzt sozusagen an Freunden sechs bis sieben Personen. Genau, genau. Was hat dich bei den gesamten Recherchen von allem am allermeisten schockiert? Oder womit hättest du nicht gerechnet? Also mir ist ganz wichtig, dass die Leute nicht glauben, dass es eine Geschichte der Eliten ist. Ich glaube nicht daran, dass das ein Problem der Eliten nur ist. Ich glaube, dass es etwas mit den Zugängen zu tun hat, mit Macht und mit Geld zu tun hat, die eben korrumpiert. Und die Frage ist, wenn ich dir diese Macht geben würde und diese Zugänge und das Geld, würdest du so handeln, wie die handeln? Oder würdest du es nicht tun? Jeder würde sagen, nein, auf gar keinen Fall. Bestes Beispiel, ich frage manchmal Leute so, ob sie Geld spenden, ob sie jemandem spenden und sagen, ja, wenn ich reich bin, spende ich. Nee. Nein. Wenn du jetzt schon nichts spendest, wirst du auch nicht spenden, wenn du reich bist. Dann wirst du genauso tricksen wie alle anderen Superreichen. Du wirst nichts spenden. Das hat damit zu tun, ich bin der Meinung, dass Geld, Macht, Zugänge einfach nur deinen Charakter potenzieren. Du bekommst die Möglichkeiten, alles zu tun. Niemand kann dich aufhalten. Du stehst über dem Gesetz. Verhältst du dich dann noch moralisch? Gibt es dann für dich noch Moral? Oder ist das alles flexibel? Gibt es für dich Werte? Weil wir müssen uns eine Sache fragen. Warum sind wir gerade, wenn wir diese Sendung schauen, warum sitzen wir da und sind friedlich? Warum sind wir friedlich? Weil wir friedlich gehalten werden. Wir sind nicht friedlich, weil in den meisten Fällen oder vielleicht sehr oft, weil wir aus uns selbst heraus zum Frieden neigen. Sondern wir haben keinen Hunger. Wir haben ein Haus, wir haben eine Heizung, wir haben Kleidung an. Und es gibt keinen Grund sozusagen für uns, jemanden anderen was wegzunehmen und Krieg zu führen. Und die Frage ist und das, woran ich selber an meinem Charakter arbeite, ist, wie schaffe ich es von mir aus, friedlich und gutherzig und freundlich zu sein, ohne dass mich äußere Faktoren dazu zwingen? Viele fragen mich so, was hat das mit Deutschland zu tun? Also es kommt ganz oft. Die sagen, ja okay, das ist jetzt ein amerikanisches Thema. Aber es gibt einen sehr, sehr großen Fall in Deutschland, wo Erpressung eine Rolle gespielt hat. Ich war noch sehr klein, aber du wirst dich gut erinnern daran, das ist die Möllemann-Affäre. Da war ein Politiker, kein sauber Mann, hier geht es nicht um Gut und Böse, sondern einfach um seine Erfahrungen, die er gemacht hat, die er geschildert hat, öffentlich. In den 90er Jahren war er sehr erfolgreich mit der FDP, sehr hochrangiger Politiker, also für die Jüngeren. Der war Minister, der war Vizekanzler. Ein Erfolgsgarant für die FDP hat an der Kampagne oder an der Mission 18% mitteilgenommen, hat zusammen mit Guido Westerwelle damals die FDP wieder stark gemacht. Und es sah sehr stark danach aus, dass er diese 18% erreichen würde. Aber was ist geschehen? Falsch haben. Das kam später, der Fallschirm kam später. Davor hat er ein Flugblätter rausgegeben und hat die israelische Regierung kritisiert. Und er hat es gewagt zu sagen, dass Palästinenser denselben Wert haben wie Israelis. Und er hat die Siedlungspolitik kritisiert, er hat Ariel Sharon sehr stark kritisiert. Und ja, es gab verschiedene Vorwürfe auch gegen ihn. Ja, es ging um Veruntreuung, es ging um illegale Spenden und so weiter. Aber er hat dieses Thema groß gemacht hier in Deutschland und saß in Talkshows, hat auch die öffentliche Meinung damit geprägt. Und dann kam das Jahr 2002, Guido Westerwelle reist nach Israel und diese Reise hat ihn verändert. Davor war Guido Westerwelle auf der Seite von Jürgen Möllemann. Er hat gesagt, ich werde dich unterstützen. Du setzt dich für das Richtige ein. Darf ich dir mal was vorlesen? Gerne. Direkt von Möllemann. Weil das so gut wie nie vorkommt. Er hat ein Buch geschrieben, Klartext für Deutschland, 2003 veröffentlicht. Also Möllemann ist aufgrund dieser Affäre irgendwann raus aus der FDP und hat sich unabhängig gemacht. Und die Gefahr war, dass er eine eigene Partei gründet, nachdem sich alle von ihm in der FDP distanziert hatten. Und da er ja beliebt war und dieses 18% Ziel, wäre das natürlich gefährlich geworden. Es gab Umfragen damals, dass er bis zu 30% Beliebtheitswerte hatte. Also der hätte was bewegen können mit seiner eigenen Partei. Und jetzt war die Sache, er schreibt in seinem Buch, dieses Kapitel heißt Die Erpressung. Und ich lese mal den Teil vor. Also 2002, Guido Westerwelle reist nach Israel, um Ariel Sharon zu treffen. Und er schreibt, ein Mann ohne Namen hatte ihm beim langen Warten auf die Audienz bei Ariel Sharon in unmissverständlichen Worten knallhart gesagt, dass die israelische Regierung meinen politischen Kopf verlange. Wer war das? Fragte Dr. Westerwelle, später dann einen sehr kundigen Begleiter. Der Mossad, erhielt er zur Antwort. Und da ist eine attraktive Frau, die öffnet ihm die Tür, junge Frau, bringt ihn rein in ein Wartezimmer. Und er sitzt und wartet eben darauf, in das Wohnzimmer, in den Saal, reingeholt zu werden. Und dann fällt ihm auf, dass da so ein mechanisches Kunstwerk ist. Und er geht in die Nähe dieses Kunstwerks und sieht, dass da eine Kamera auf ihn zeigt. Und sein erster Gedanke ist, Mann, bin ich clever. Ich habe die Kamera gefunden. Sein zweiter Gedanke ist, das ist so offensichtlich, ich soll sie sehen. Erstens ist das so präsent im Raum. Und dann gehe ich in die Nähe und ich sehe es sofort. Und es ist eine Lochkamera, die zeigt auf mich. Und er meinte, ich hatte dann den Gedanken, wahrscheinlich ist das ein Test, zu schauen, ob ich mich damit wohlfühle. Weil alles andere, was jetzt kommen wird danach, damit, also ich werde einfach getestet, wie weit ich gehe. Trotz dieser Kamera. Gibt es aus deiner Sicht eine übergeordnete Gerechtigkeit? Also werden Menschen, die böse Menschen waren? Und Tiere, ja. Ich glaube, dass alles, was wir tun, irgendwann einen Ausgleich erleben wird. Also der jüngste Tag, wie sich viele den vorstellen, ist das. Es ist Ausgleich. Es ist, jeder, der Leid erlebt hat, das heißt, im Islam heißt es zum Beispiel, dass jemand, der sein Tier gefoltert hat, dieses Tier wird im nächsten Leben gegen dich aussagen. Also übergeordnete Gerechtigkeit, ja. Das heißt, diese ganzen Verbrechen, die da draußen geschehen, die werden irgendwann eine Konsequenz haben. Ja. Und das ist nicht die Konsequenz der Gesetze, die wir jetzt als Menschen untereinander haben, wo es ja auch dann hoffentlich Konsequenzen gibt, weil alles hat ja Konsequenzen. Also wenn ich, keine Ahnung. Wenn nicht hier, dann dort. Okay. Also aber dann, dann, dann verstehe ich auch so deine grundsätzliche Entspanntheit, so wie ich dich erlebe, wie du mit diesem Thema umgehst, weil das finde ich so faszinierend, als ich gehört habe, dass du dieses Buch schreibst. Und da habe ich so gedacht, das finde ich krass, dass jemand, der so unaufgeregt ist wie du, das macht. Aber wahrscheinlich braucht es genau diese Unaufgeregtheit, um das, ja. Vielleicht. Um das unter die Menschen zu bringen. Ich habe durch meine Erziehung, durch meine Mutter ganz besonders eine Wahrheitsliebe mit, ja, anerzogen bekommen, würde ich sagen. Das ging so weit, also ich bin Muslim und da gibt es das kategorische Lügenverbot. Also unter keinem Umstand darf gelogen werden. Und es geht so weit, dass ich das jetzt an meine Tochter weitergebe. Und sie ist im Kindergarten, fünf Jahre alt und dann läuft diese Gruppe, also diese Kindergartengruppe läuft durch den Wald und da sagt die Erzieherin, habt ihr das da hinten gesehen? Da war so ein, da war ein Osterhase. Und meine Tochter kommt gar nicht drauf klar. Also die sagt zu mir, warum lügen die? Das kann doch nicht sein. Ja, also ja, für die anderen ist es Spaß. Und das ging so weit, dass die Erzieherinnen sagen, da ist ein Hase und die Kinder sagen, ja stimmt, ich habe es auch gesehen. Ja, da war was Weißes, da war ein Puschelschwanz so. Und für meine Tochter war das gar kein Spaß. Sie hat gesagt, sie hat mir auf dem Rückweg gesagt, warum erzählen die uns das, wenn das nicht stimmt? Und das macht sie jetzt immer häufiger. Und sie ist nur an Realität interessiert, nicht an Täuschung. Und man könnte sagen, ja, man nimmt ihr den Spaß, ja, die glaubt ja nicht an den Weihnachtsmann und an alle anderen Dinge, die uns erzählt werden. Aber ich glaube, dass man so besser durchs Leben geht. Ich glaube, man ist bereit für die Realität. Man wird nicht sozusagen überrascht durch die Realität, wenn sie mal zuschlägt. Daher auch der Gedanke von Transhumanismus, also dieses möglichst das Leben so lang zu erhalten, wie es geht. Es ist ein Nicht-Zufrieden-Sein mit der Natur des Menschen. Es ist ja hoch umstritten in der Philosophie, ob es so etwas wie die Natur des Menschen gibt. Und das ist ein sehr atheistischer Gedanke, dass man sagt, es gibt nichts, kein Urbauplan, sondern wir können uns selbst neu zusammensetzen. Es gibt keinen Mann und Frau, sondern wir sind eigentlich neutrale Wesen und wir sind eigentlich hackbare Tiere. Das sagte Harari zum Beispiel, beschreibt das so, die eingespeist werden können in ein Netzwerk, ein Meer von Algorithmen. Und mehr sind wir eigentlich nicht. Wir sind Fiktion, sagt Harari. Berater vom WEF. Richtig. Und ja, ein Silicon Valley Prophet, könnte man sagen, der auf eine Weise spricht, dass er einfach Vorhersagen macht. Wie wird unser Leben in der Zukunft aussehen? Und er ist der Meinung, dass wir zu biblischen Göttern werden. Dass wir über Leben und Tod entscheiden. Und dass wir auf ewig Leben hochgeladen auf einer Cloud. Und dass das die Befreiung des Menschen ist. Dass es der nächste Evolutionsschritt ist. Und ich finde das super traurig. Das klingt total. Da sind wir wieder, wo krank ist, dann wieder das falsche Wort. Traurig ist vielleicht besser. Also es ist einfach leer. Ja. Es ist leer und es ist das Gegenteil von dem, was Menschsein ausmacht. Was man nicht versteht, ist, dass der Wert des Lebens erst daherkommt, dass das Leben endlich ist auf dieser Erde. Das heißt, wir müssen aufhören, das zu verdrängen. Sondern es ist einfach Teil unseres Alltags werden zu lassen und dadurch auch eine Dankbarkeit zu entwickeln und zu sagen, okay, es könnte im nächsten Augenblick vorbei sein. Also ich bin dankbar dafür, dass ich gerade das alles kann und fühlen und spüren und erleben darf, was ich erlebe. Ich wünsche deinem Buch, wem diente Jeffrey Epstein, ganz, ganz viel Erfolg. Und dass es möglichst viele Menschen lesen und es als einen Baustein sehen. Das, was es ja ist, ein Wissensbaustein. Ich danke dir vielmals und ich prognostiziere jetzt schon, dass das das einzige Interview sein wird, das wirklich alle wichtigen Kernthemen behandelt. Weil ich werde jetzt danach auf eine Interviewtour gehen, in verschiedenen Formaten auftreten und ich bin mir sicher, dass die Tiefe niemals erreicht werden wird. Und ich danke dir sehr dafür, weil das sind genau die Themen, ohne die ich finde, dass das Buch unvollkommen ist. Danke. Das nehme ich als großes Kompliment und ich, wie gesagt, freue mich, wenn wir uns hier hoffentlich ganz bald wiedersehen.